Und ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Schauen wir uns heute die Lehre der angerechneten Gerechtigkeit an. Dies ist Teil unserer Rechtfertigung und wie Gott uns sieht, wenn wir gerettet sind. Am Kreuz nahm Jesus unsere Sünde auf sich und erkaufte unsere Lösung mit seinem vollkommenen kostbaren Blut. Wir sind durch sein Blut auch gerechtfertigt, wie wir sehen in Römer 5,9. Okay, fangen wir in Vers 8 an. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus vor uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor den Zorn gerettet werden? Ein Teil dieser Rechtfertigung ist die Anrechnung Christus seiner eigenen Gerechtigkeit. Paulus drückte es so aus in 2. Korinther 5,21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für unsere Sünde gemacht, damit wir in ihn zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Das bedeutet, dass wir gerecht gemacht wurden, auch wenn wir immer noch Sünder sind, sind wir durch den Glauben rechtlich gerecht. Das alte Gesetz gilt für uns nicht mehr. Das Gesetz Christi ist Liebe. Gott hat uns die Gerechtigkeit Christi zugeschrieben. Dies ist Teil der kostenlose Gabe der Erlösung, die nur durch den Glauben allein empfangen werden kann. Aus Gottes Gnade durch den Glauben an Jesus Christus wird diese Gerechtigkeit eingegeben, die glauben, Römer 3,22. An das Evangelium, das Paulus von Jesus empfangen hat, in 1. Korinther 15,1-4. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist hier kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlende Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Okay, hier ist das Evangelium, durch das ihr auch gerettet werdet. 1. Korinther 15,1-4. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht. Durch das ihr auch gerettet werdet. Wenn ihr an das Wort festhaltet, das ich euch verkündet habe, es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt hattet. Denn ich habe euch so alle erst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus vor unseren Sünden gestorben ist, nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Da unsere Gerechtigkeit Christi zugeschrieben wird, können wir von Gott als sündlos angesehen werden, so wie Jesus ohne Sünde ist. Das ist der erstaunliche Gnade, oder wie man auf Englisch sagt, Amazing Grace. Wir sind in uns selbst nicht gerecht, vielmehr besitzen wir die Gerechtigkeit Christi. Es ist nicht unsere Vollkommenheit, sondern Vollkommenheit Christi, die Gott sieht, wenn er uns ansieht. Es ist, dass wären wir vom Blut Christi bedeckt. Gott sieht nicht mehr die Sünde, sondern nur das Blut Christi. Wir sind immer noch Sünder, aber die Gnade Gottes hat uns zu einem gerechten Stand vor dem Gesetz erklärt, weil wir glauben. Gott hat die Gerechtigkeit Christi, sozusagen unseren Konto, gutgeschrieben und er tat dies, als er uns durch den Glauben rettete. In der Gnade wird uns die Heiligkeit Jesus Christus zugeschrieben. Christus ist für unsere Weisheit von Gott geworden. Das ist unsere Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, wie wir sehen in 1. Korinther 1,30. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zu Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. In Matthäus 22 erzählt Jesus das Gleichnis von königlichen Hochzeitsmahlen. Der König repräsentiert Jesus, die Eingeladene repräsentierte Israel, also die Juden, aber sie waren nicht würdig, weil sie ihm ablehnten. Also schickte der König seinen Diener los, um so viel wie möglich einzuladen, ob gut oder schlecht. Dies stellt die Heiden dar. Die Gewänder repräsentieren Glauben, also zugeschriebene Gerechtigkeit. Lass uns die Passage ansehen in Matthäus 22. Okay, fangen wir in Vers 8 an. Denn sprach er zu seinen Knechten, also der König, Die Hochzeits war bereit, aber die Geladene waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzigung der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele, wie er findet. Und jener Knecht ging hinaus auf die Straße und brachten alle zusammen, so viel, wie sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Aber als der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah er, dass dort ein Menschen, der keine Hochzeitsgewand anhatte, das wäre einer, der ohne Glaube war. Und er sprach zu ihnen, Freund, wie bist du hier reingekommen, um was, und hast du doch kein Hochzeitsgewand an? Er aber verstümmte. Da sprach der König zu den Dienern, bändet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in eine äußerliche Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Das wäre die Hölle. Denn viele sind berufen, aber wenige sind ausgewählt. Bevor Jesus seinen Jüngern die Ölberg-Diskurs hält, Matthäus 24, 25, Lukas 21, Markus 13, deutet er an, dass Israel ihm nicht wiedersehen werde, bis sie sagen, die Prisen sei der, welche kommen den Namen des Herrn, Matthäus 23, 39. Die Juden werden dies irgendwann während der Trübsal sagen, bevor Jesus endgültig wieder zurückkommt. Okay, wir sind in Matthäus 23, hier spricht Jesus, ne, und er ist, du musst dir vorstellen, er ist betrübt über Israel. Wir fangen an bei Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie ein Henne, jeder Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt's nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet und gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich erst von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, und dies wird in der Trübsal passieren. Wir brauchen die Gerechtigkeit Christi, die uns zugeschrieben wird, weil wir selbst keine Gerechtigkeit haben. Wir sind von Natur aus Sünder und können uns nicht selbstgerecht machen. Wir können uns selbst nicht in die richtige Stellung bringen und dann vor Gott stehen. Wir brauchen die Gerechtigkeit Christi, die uns zugeschrieben wird, wenn wir glauben. In dem Moment, wie wir glauben, wird er uns seine Heiligkeit geben. Das heißt, wir brauchen seine Heiligkeit, nicht unsere, aus irgendwelchen Werken oder sonst was, bevor wir vor Gott stehen können. Die Wahrheit ist, wir können nicht perfekt sein. An einer anderen Stelle, in Matthias Evangelium, fasst Jesus das Gesetz Gottes mit zwei Geboten zusammen. Wie wir sehen, Matthäus 22, 37 durch 40. So, fangen wir an in 35. Und einer von ihnen, also die Pharisäer, ein Gesetzgeber, Gesetzgelehrte, stellte ihnen eine Frage, um ihn zu versuchen und sprach, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihnen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deiner ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. An diesen zwei Geboten, und diesen zwei Geboten sind die Gebote Jesus, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ein gutes Beispiel für die angerechnete Gerechtigkeit ist, wo Paulus, als er in die Kirche in Korinth predigte, die gerettete Gläubige waren, aber in ihrem Wege sehr fleischlich waren. Erstens sagt er ihnen, dass die Ungerechten, also die Ungeretteten, das Reich Gottes nicht erben werden, denn fährt er fort. Aber solche seid etliche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, das heißt gerecht gemacht, mit dem Blut Christi. Dann erklärt er ihnen, dass ihr Körper den Tempel des Heiligen Geistes ist und dass sie entsprechend leben sollten, wie wir sehen in 1. Korinther 6, 9 durch 11. Okay, hier sind wir im 1. Korinther. Paulus predigt hier und er spricht zu der Kirche in Korinth. Fangen wir an Vers 9. Wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Und halt mir hier an, wer sind die Ungerechte? Schauen wir uns Römer an. Römer 3, 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Was bedeutet, alle Ungläubigen, bevor sie Jesus annehmen, sind keine gerecht, also die sind nicht gerecht, gerechtfertigt. So, gehen wir zurück zu Korinther. Also, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte, sagen wir, die Ungerettete, also die Ungerechte, das Reich Gottes nicht erben werden, irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehrbrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbeute, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und dann geht er fort und sagt, und solche seid etlich von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Was bedeutet, die haben Glauben gefunden. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden im Namen des Herrn Jesus und in den Geist unseres Gottes. Er fährt fort und sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diesen und jenen wegtun. Und das ist hier gemeint, wenn man den Geist hat, der Geist wirkt in einen mit der Heiligung und er wird diese und jenen nach und nach wegtun. So, der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat den Herrn auferweckt, Jesus, und wird auch uns aufwecken durch seine Kraft. Wisst ihr nicht, dass euer Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun den Glieder Christus nehmen und Hürnglieder daraus machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass wer einer Rude anhängt, ein Leib mit dir ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wir brauchen nicht weiterzugehen. Paulus geht weiter und sagt, ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in euer Leib und in euren Geist, die Gott gehören. Die Erlösung ist nun wirklich kein Raketenwissenschaft. Die verlorene Sünder muss nur seine Meinung über sich selbst und Gott ändern, Vertrauen auf, was Jesus für uns getan hat, Wenn dieser Glaube wirklich von Herzen kommt, ist er oder sie gerettet und für das ewige Leben bestimmt. Okay, das war's für dieses kurzes Video. Bitte teilt dieser einfache Video mit dem Verlorenen. Hoffen wir, dass es etwas bewirken kann und so den Vater im Himmel eine Freude machen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch alle, den Herrn. Bis zum nächsten Mal. Maranatha! Ich liebe euch alle, den Herrn.